Die einzige Musik, die heute Abend zu hören sind, wird jetzt auch mal was Neues. Wir haben vier deutsche Heavy Metal Bands, zwei davon geben ein ganzes Konzert, nämlich Warlock und Gravedigger, die spielen schon. Und dann haben wir noch zwei andere Bands, mehr oder weniger lokale Größen. Aus Ingolstadt haben wir eine Band da, und zwar Kakumen, und dann nochmal Lokalmatadoren, Railway. Ja, und für die, die sich außer für Musik auch noch für was anderes interessieren, gibt es ein zweites Hauptthema. Und zwar geht es um die zwölften Weltjugendfestspiele, die von Ende Juli bis Anfang August in Moskau stattgefunden haben. Tja, und jetzt spielt, wie gesagt, der Gravedigger aus Gladbeck, Gravedigger, die Grabschaufler. Amelie, jetzt gehen wir rein, lassen wir uns zuschaufeln, wir dröhnen uns zu. Wir dröhnen uns! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018